Hey Leute, cool dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es gibt heute mal wieder ein neues Haus Tutorial hier auf diesem Kanal. Das Haus seht ihr schon im Hintergrund, heute ein kleines modernes Häuschen. Wahrscheinlich relativ schnell nachgebaut, aber es sieht sehr cool aus, ich feiere das. Und wenn ihr das auch feiert, dann können wir das zusammen heute nachbauen. Ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Haus erstmal an und dann entscheidet ihr, ob ihr das cool genug findet oder nicht. So, das ist das Haus, es ist symmetrisch aufgebaut heute. Wir haben hier zwei kleine Beete, dann kommen wir über die Treppe hier zum Eingang. So, wenn wir einmal reingehen, dann seht ihr schon, wir haben hier rechts und links jeweils so einen kleinen Flügel. Also das war es auch schon, also das ist so die ganze Innenseite, sag ich mal. Ich fliege gerade nochmal außen rum, dass ihr das von den verschiedenen Seiten seht. Einmal hier rechts, so, dann haben wir hier die Rückseite mit ein paar Fenstern. Kommt dann hier rüber, so wieder zur Vorderseite, oben auf dem Dach, noch ein paar Dekorationen heute. Genau, das ist heute so dran und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich einfach mal an. Die Blöcke, die wir brauchen, sind glatte Quarzblöcke, graue Keramik, hellblaue Glasscheiben und Birkenholzbretter. Genau, und dann noch so ein paar andere Sachen, das sage ich dann aber immer dazu. Das sind so die Grundmaterialien und dann würde ich sagen, anfangen werden wir mal vorne links hier an der, oder hier an der Ecke. Also hier fangen wir an, so, und genau, und dann würde ich sagen, zum Beginn setzen wir jetzt erstmal einen Quarzblock hier hin. Also das wird unsere Ecke sein, dann gehen wir jetzt elf Stück noch weiter nach hinten raus, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, und ganz vorne gehen wir jetzt einmal vier weitere nach rechts raus, also eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal einen Block hier nach hinten, dann nehmen wir Birkenholzstufen und setzen hier rechts vier Stück hin, also eins, zwei, drei, vier. Dann nehmen wir uns wieder Quarzblöcke, setzen einen hier hin und nochmal einen davor, gehen dann hier nach rechts raus, vier weitere Blöcke, also wieder eins, zwei, drei, vier. Und dann einmal elf Blöcke noch nach hinten, also wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Bis hier hinten, jetzt verbinden wir das hier hinten, also ziehen hier einmal Quarzblöcke bis hinten auf die andere Seite und füllen jetzt diesen ganzen Bereich einmal mit Birkenholzbrettern auf und das wird unsere Grundlage für das ganze Haus werden. So, dann einmal hier weiter entlang. So, einmal alles auffüllen. Das geht von der Fläche eigentlich, ne? Ist ja ein relativ kleines Haus heute. So, bis hierhin, sehr schön, das ist jetzt unsere Grundfläche. Als nächstes fangen wir dann an, einmal mit glatten Quarzblöcken, hier links an der Ecke, wo wir gestartet sind, drei Stück aufeinander zu setzen, also eins, zwei, drei. Gehen dann einmal vier nach rechts raus, also eins, zwei, drei, vier. Dann zwei nach hinten, also eins, zwei. Dann fünf nach rechts, also eins, zwei, drei. Okay, so, jetzt haben wir die Grundfläche, jetzt gehen wir einmal hierhin, wo wir gestartet sind und dort müssen wir einmal zwei Blöcke nach hinten rausgehen, also eins, zwei. Und hier an der Stelle kommen drei Quarzblöcke aufeinander, also eins, zwei, drei. Einmal bis hierhin, dann an der rechten Seite vier weitere Quarzblöcke hin, also eins, zwei, drei, vier. Dann einmal zwei nach hinten, eins, zwei. Und dann hier fünf nach rechts raus, also eins, zwei, drei, vier, fünf. Bis hierhin, dann zwei nach vorne und dann nochmal vier nach rechts, also eins, zwei, drei, vier. Bis hierhin und dort ziehen wir das einmal runter bis zum Boden, also diese Linie müssten wir jetzt hier einmal haben. Dann können wir uns schon mal schwarze Glasscheiben nehmen und die einmal hier vorne draufhauen und hier auch, wenn wir schon mal da sind. Aber ansonsten nehmen wir uns Quarzblöcke, gehen an diese Ecke und ziehen dort auf der Rückseite elf Blöcke, nee, nicht elf, sorry, neun Blöcke dran. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und ziehen das runter bis hier unten zur Ecke und machen dann hier auch einmal die ganze Seite full. So, dann gehen wir auf die andere Seite, an diese Ecke und machen das gleiche auch. Das heißt, wir gehen erstmal neun Blöcke nach hinten raus, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann zwei Blöcke nach unten und machen auch hier einmal die ganze Seite full. Außerdem verbinden wir jetzt die Ecke mit der da vorne, so, ähm, nehmen uns, ja, nee, wobei, dann würde ich sagen, dann lasst uns einmal die ganze Fläche hier oben auffüllen mit Quarzblöcken. Dann haben wir unsere Decke schon mal, bevor wir dann die Wände gleich hier reinziehen. So, hier mal weiter. Einmal bis hier hin, sehr schön, das passt. Ja, und dann machen wir jetzt die Wände hin und zwar nehmen wir dafür graue Keramik, fangen mal hier links in der Ecke an, setzen jetzt nicht direkt hier, sondern ein nach innen, versetzt hier zwei Keramikblöcke hin, lassen eine Lücke frei, setzen hier nochmal zwei Stück hin und füllen hier Glasscheiben rein, dann gehen wir hier einmal zwei nach hinten raus, zwei Blöcke und einen nach rechts und füllen das Ganze einmal auf, nach oben. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite in die Ecke, setzen hier an der Stelle zwei Keramikblöcke hin, lassen einen Block frei und hier nochmal zwei Keramikblöcke hin, füllen hier Glasscheiben auf und hier gehen wir jetzt nach hinten nochmal zwei Keramikblöcke und einen nach links und füllen das Ganze nach oben hin auf. So, jetzt kommt rechts nochmal zwei Blöcke hin, links auch und dann zwei Birkenholztüren hier von der Innenseite rein. Dann haben wir schon mal den Eingang. So, jetzt fängt es an zu regnen, das wollen wir natürlich nicht. Und als nächstes gehen wir dann auf die Rückseite, setzen jetzt hier links zwei Keramikblöcke hin, dann zwei Glasscheiben, dann wieder Keramikblöcke, nochmal Keramikblöcke und nochmal, also dass es insgesamt drei Stück sind, dann zweimal Glasscheiben hin, also so ein zweimal zwei Fenster, dann drei Keramikblöcke hier hin, hochziehen, eine Lücke freilassen, hier Keramikblöcke rein und dann hier die Glasscheiben, dass das auf der Rückseite so aussieht. Ähm, genau, so, Vorderseite passt an sich auch. Was wir dann machen, ist, dass wir so ein bisschen Dekoration noch dazu bauen und zwar fangen wir dort an mit Birkenholzstufen und setzen hier oben in diese Lücke einmal vier Stufen rein. Außerdem hier oben setzen wir jetzt hier, ups, ein, zwei, drei Stufen hin, hier rechts auch, ein, zwei, drei. Ziehen die einmal nach hinten an den äußeren Rändern bis hier hin, dann hier wieder zwei runter und einmal so zurück. Das an der Stelle und hier auch einmal hier hinten hinziehen bis ein vor dem Abgrund und dann einmal hier hin zurück verbinden, dass das Ganze so aussieht. Dann gehen wir hier in die Mitte hin, setzen hier vier Stück hin, ziehen das auch einmal hier nach hinten bis ein vor den Abgrund. Einmal hier so zurück connecten, dass wir hier so ein weiteres, ja, so ein Viereck haben. Genau, dann gehen wir hier vorne hin, nehmen uns Quarzstufen, setzen an der Stelle hier drei Stufen nach vorne und hier auch, verbinden die miteinander und machen das auf der Seite auch. Also hier drei Stufen raus, hier nochmal und einmal verbinden und dann setzen wir Birkenholzzäune hin und zwar einen hier, einen hier, hier und hier und dort kommen jetzt jeweils Büsche drauf oder Laub. Einmal hier und da und hier auch, ne, einmal hier und da, das passt. Dann gehen wir hier in die Mitte hin, ersetzen einmal hier die Rasenfläche mit Holz. Das ist unser Weg, der dann hier so ein Stück weiter rauskommt und hier hinten habe ich als Dekoration einmal Laternen genommen und zwei Stück hingehängt, also eine hier, eine da, also rechts und links von der Tür und in die Ecken habe ich dann auch nochmal Zäune gesetzt und nochmal Eichenlaub obendrauf, dass wir da auch nochmal sowas haben. Finde ich auf jeden Fall sehr nice und sehr entspannt. Okay, und damit haben wir unsere Dekoration auch fertig. Ja, das war es sogar wirklich mit dem ganzen Haus. Also heute mal etwas entspannter, ein kleineres Haus, aber ich finde es wirklich irgendwie auch sehr, sehr, sehr cool, sehr, sehr nice. Ja, Leute, dann würde ich sagen an der Stelle, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt und ansonsten nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.